So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme von Let's Play Habies Neue Augen. Und jetzt gehen wir endlich mal runter. Jetzt hören wir uns mal die Schulterbauten an. Uh, die machen, glaube ich, Lilly ein bisschen Angst. Lilly, runter mit dir. In die Kantine. Wen haben wir denn da? Grusel, Lilly! Nein! Wie war es bei der Oberin? Lass sie in Ruhe, Shornie. Erst wenn sie zugibt, dass sie an dem ganzen Ärger schuld ist. Wir bekommen keinen Nachtisch. Genau, Memphis. Und draußen spielen dürfen wir auch nicht mehr. Ist es etwa zu viel verlangt, die Gründe erfahren zu wollen? Hat nicht so oft hier rum. Du glaubst doch nicht wirklich, dass ausgerechnet Lilly etwas Schlimmes angestellt hat. Dafür ist sie einfach nicht cool genug. Genau. Sie ist ja so ein braves Kind. Sie hakt, sie putzt, sie kocht. Eklig ist das. Und gefährlich. Denn irgendwie endet immer alles in einer Katastrophe. Nicht wahr, Lilly? Seit du im Kloster bist, gibt es einen seltsamen Unfall nach dem anderen. Aber man traut sich kaum noch aus dem Bett. Aber dich trifft keine Schuld, oder? Ja, du tust ja nur, was man dir sagt. Bestimmt bist du auch jetzt gerade wieder für die Oberen unterwegs. Zeig doch mal her, was du da hast. Shornie. Aha! Ich wusste es! Ein Rezept von der Oberen. Tja, das behalte ich wohl vorerst. Mal schauen, wie es der Oberen gefällt, wenn sich ihr Essen verspätet. Und diesmal kann unsere brave Lilly die Suppe ganz alleine auslöffeln. Ha, 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 ha. Los, Jungs. Wir hauen ab. Du bist unmöglich. Oh je, wir haben es ein bisschen verwickelt. Hallo? Arme Lilly. Nein. Stecken fest. Stopp. Es gibt gar nichts mehr. Na toll. Ah, jetzt. Ich lege runter mit dir. Gehen wir zur Kapelle. Wir sollten ja eh zur Kapelle. Wir müssen ja den Gerrit aus der Welt schaffen. Na nun? Wo war Gerrit denn hin? Die Kapelle hatte doch gar keinen zweiten Ausgang. Hm, und wer stehst da vorne? Das ist der Gerrit. Wo bist du? Frank. Hallo Frank. Frank war voll und ganz mit den Bodenplatten beschäftigt. Ja, red mal mit uns. Warte. 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 Nein. Nichts. Ich dachte, ich hätte ein Resonanz-Echo im Fußboden gehört. Und wo ein Resonanz-Echo im Fußboden ist, da kann auch der Rohlraum nicht weit sein. Eine Grabkammer oder ein versteckter Billiardsalon. Für unverschämt gut frisierte Tempelritter. Da fragst du völlig zu Recht. Was treiben Tempelritter in einem Billiardsalon? Nur eines von unzähligen Geheimnissen, das die Tempelritter umgab. Wo kamen sie her? Wo gingen sie hin? Haben sie für die Strecke ein Gruppensparticket bekommen? Und wer war ihr Friseur? Die Antwort auf all diese Fragen ist dieselbe. Die große Kirchenverschwörung. Und die Beweise, so viel steht fest, befinden sich unter diesen Bodenplatten hier. Wenn ich doch nur das geeignete Werkzeug hätte, um sie zu lüften. Ähm, lüften. Ähm, ja, ich hab sogar schon eine Idee. Aber jetzt, wo ist denn überhaupt Gerrit? Psst, gerade mal. Na toll, wenn es gerade einen Erdrutsch in den unterirdischen Grabkammern der Tempelritter gab, dann habe ich ihn jetzt verpasst. Wie zum Teufel soll man denn hier seinen Kirchenverschwörungen auf die Schliche kommen, wenn man in einer Tour gestört wird? Allein dieses ständige Gebeichte geht mir schon auf den Keks. Aber im Gegensatz zu dir sind das regelrechte Leisetreter. Keine Ahnung, wer das im Einzelnen ist. Die verkriechen sich im Beichtstuhl und kommen nur raus, wenn es ihnen zu laut wird. Sobald ich also das passende Werkzeug für meine Ausgrabungen gefunden habe, ist damit sowieso Schluss. Okay. Was sagst du denn zur Kirchenverschwörung? Es tut mir leid, Lili, aber ich habe wirklich kein Interesse an Smalltalk. Mich interessieren nur Kirchenverschwörungen. Darüber gibt es eine Menge zu erzählen. Aber leider ist das meiste geheim. Und ohne das richtige Werkzeug kann ich das Geheimnis auch nicht lüften. Also entweder gehst du und holst mir das passende Werkzeug oder du gehst einfach nur. Das wäre mir auch recht. Okay. Was hat es mit den Bodenplatten auf sich? Du zerstörst die heilige Illuminiszenz der Bodenplatten. Und wenn sie ihre Illuminiszenz verlieren, dann sind sie garantiert nicht mehr in der Stimmung, ihr Geheimnis zu verraten. Und dass sie ein Geheimnis haben, steht wohl außer Frage. Ich erkenne Tempelrittersymbole, wenn ich welche sehe. Und wo Tempelritter sind, da kann die geheime Grabkammer mit Hinweisen auf eine Kirchenverschwörung nicht weit sein. Wenn ich doch nur ein geeignetes Werkzeug hätte, um sie aufzubohren. Dann müsste ich nur noch wissen, unter welcher Platte ich zu bohren hätte. Und hätte die Kirchenverschwörung am Schlafittchen, falls es sich um eine mit Schlafittchen handelt. Es gibt sie nämlich mit und ohne. Lili war beeindruckt. Alles, was Frank sagte, ergab einen Sinn. Natürlich. Und Frank, ich kann dir helfen. Das ist gleich. So, Inventar. Presslufthammer. Und Frank. Ah, sehr gut. Das ist genau das, was ich brauche. Wenn ich jetzt noch wüsste, an welcher Stelle ich bohren muss. Aber dieses Wissen ist wahrscheinlich längst verloren gegangen. Niemand ist so alt, dass er sich noch an die Zeit der Templer erinnert. Sonst hätte ich die Kirchenverschwörung sicher längst am Schlafittchen. Naja, ich fange erst mal an. Naja, ich kenne jemanden, der alt genug ist. Oh. Verdammt. Wie soll ich bei diesem Lärm meiner Arbeit nachgehen? Hey, Frank! Frank! Ach, was soll's. Okay, jetzt wissen wir zumindest, wo Gerrit war. Das Kreuz sieht sehr stabil aus. Es wackelte lustig hin und her, als würde es tanzen. Lilly überlegte kurz, ob sie Frank darauf aufmerksam machen sollte. Aber er war gerade damit beschäftigt, irgendeine Verankerung zu zerbohren. Ja, dann lassen wir das lieber. Wir wollen ihn ja nicht ärgern. Hier geht auch nix. Ja, auch nix. Dann gehen wir doch mal in den Beichtstuhl. Oh. Verdammt. Wie soll ich bei diesem Lärm meiner Arbeit nachgehen? Hey, Frank! Frank! Ach, was soll's. Okay. Beichtstuhl verlassen. Dann hatten wir hier noch Halterung. Ich würde ja jetzt gerne sagen, dass Lilly einen Plan hatte. Dass sie darüber nachdachte, Gerrit in den Beichtstuhl zu locken und dann einen Riegel davor zu klemmen. Aber Lilly dachte gerade an Ponys. Ja, süß an Ponys. Ich würde ja jetzt gerne sagen, dass sie darüber nachdachte, aber Lilly dachte... Geh mal in den Beichtstuhl. Eine Abhörkammer. Das war der endgültige Beweis, dass Gerrit für die Oberin spionierte. Eine Abhörkammer. Eine Abhörkammer. Okay, das wissen wir ja schon. Dann gehen wir doch. Dann gehen wir doch mal zurück, weil sicher ist, wird der Gerrit... Äh, wird Frank. Dann haben wir jetzt gleich einen Knall. Jetzt gehen wir nochmal zurück. Vielleicht sind die Zensurknome schon da. Nein. Aber das Brett können wir noch mitnehmen. Auf den ersten Blick sah das Brett zwar... Aber Lilly hatte gelernt, sich mit wenig zu begnügen. Wenn die anderen Kinder zu Weihnachten ihre Geschenke auspackten, konnte sie sich auch an einer heruntergefallenen Tannennadel erfreuen. Also, Lilly, Brett mitnehmen. Mehr gibt es hier, glaube ich, nicht. Gut, dann gehen wir wieder. Na, da raus. Wieder schneller. Rausgehen dürfen wir wahrscheinlich nicht. Probieren wir mal aus. Oh, wir gehen sogar raus. Aber wir sind doch ein braves Mädchen. Oh, hallo, wer bist denn du? Hallo. Hallo. Ja. Lilly hat das Rezept weggenommen und nun zündete er Spinnennetze am Brunnen an. Lilly dachte trotzdem nicht, dass es ihm recht geschehen würde, wenn die Spinnen nachts Eier in seine Augenhöhlen legten. Artige Kinder hatten solche Gedanken nicht. Ja, Lilly hat ein artiges Mädchen. Uh. Wer kommt denn da und will sein Rezept zurück? Wenn das nicht die kleine, brave Lilly ist. Hau ab, bevor ich dir noch die Schnürsenkel zusammenknote. Oder Schlimmeres. Ist aber nicht nett. Geh mal. Bist du jetzt etwa traurig? Hat dich der böse Junge etwa wieder geärgert? Aha. Du bist so eine Heulsuse. Bist echt nicht nett. Na, na, na. Was ist denn das? Willst du etwa aufmucken? Schau dich doch mal an, Lilly. Mit deiner Schleife und deinen Zöpfchen. Du kannst doch nicht im Ernst glauben, dass du es mit so einem Lausbuben wie mir aufnehmen kannst. Ich habe bereits mit Streichhölzern gezündelt. Da hast du noch nicht mal dein Morgengebild beendet. Wie sollte ich jemanden wie dich jemals ernst nehmen? Kannst du etwa Kirschkerne spucken? Oder mit einer Zwille auf Spatzen schießen? Sie ist ein. Du wirst niemals so taff sein wie ich. Und so lange bekommst du auch das Rezept nicht zurück. Okay, dann werden wir ihm doch beweisen irgendwann, dass wir taff sind. Sag mal, wie kommt es eigentlich, dass du dich hierher traust? Du weißt doch, dass wir nicht mehr im Garten spielen dürfen. Oder bist du etwa im Auftrag der Oberin hier? Du kannst deiner tollen Oberin ausrichten, dass ich auf ihre blöden Regeln pfeife. Aber ich wette, dazu hast du zu viel Schiss. Du hast viel zu viel Schiss vor dem Echo, nicht wahr? Und das solltest du auch. Denn eines schönen Tages, wenn du es am wenigsten vermutest, wer weiß. Könnte es passieren, dass du dich umdrehst und irgendjemand hat deine Milch geklaut? Das war aber nicht so nett. Ach, du willst das Rezept wirklich zurück, oder? Aha. Na, das wusste ich doch nicht. Warte nur kurz, bis ich es in Geschenkpapier eingewickelt habe. Hui. Lilly war gerührt. Sie bekam doch so selten Geschenke. Du merkst mal so richtig gar nichts, oder? Ziehle eine, Lilly. Oder ich sehe mich gezwungen, dir Schimpfnamen zu geben. Oh. Ja, ich bin schon ein ganz schlimmerer Bauke. Sieh es ein. Du bist einfach nicht taff genug, um hier irgendwas zu fordern. Ja, du bist ein sehr schlimmerer Bauke. Deswegen lassen wir dich erst mal in Ruhe noch ein bisschen zündeln, bevor dich dein Tod ereilt. Gut, und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und tschüss.